Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ja, die Quarantäne macht euch nicht zu sehr zu schaffen. Aber falls ihr euch zu schaffen macht, kommt jetzt Abhilfe, denn es gibt mal wieder Gameplays von mir jetzt hier. Und zwar schreibt ihr euch heute mal Fizz. Und zwar spielen wir nicht nur irgendeinen Fizz, sondern wir spielen Press the Fucking Attack Fizz. Ja, Press the Attack spielen wir. Das ist jetzt nicht kompletter Irrsinn, sondern das ist etwas, was einige Koreaner machen. Und ich habe natürlich 3% koreanisches Blut. Das ist meistens für meinen Skill verantwortlich. Also jetzt nicht so fürs Äußere. Hier zum Beispiel, hier, zack, seht ihr? Und zack, haben wir es geprockt. Also man kann es relativ einfach procken mit der W, da die ein Auto-Tag-Reset ist. Und die Q macht auch ein Stack drauf. Das heißt, wenn wir jetzt gleich Level 2 werden, dann können wir da richtig schön was mitmachen. Und das heißt, wir machen so. Q, Auto-Tag, W, Flash, Auto-Tag, Ignite, Tod. Schön, 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 schön. Ja, das heißt, ihr habt schon mal gesehen, was das Ganze kann. Also man kann es relativ schnell procken. Es erhöht, also es macht direkt Schaden tatsächlich auch. Wir sehen, wir haben hier 77 Damage durch 2 Procks gemacht. Es ist gerade im Early-Game also vergleichbar mit Electric Good. Und der große Vorteil ist, es erhöht den Schaden von mir, aber auch von allen anderen. Ja, das heißt, es ist ziemlich cool, definitiv. Ich würde sagen, wir gucken, wir haben Twitch-Jungle, da müssen wir eigentlich ein bisschen aufpassen. War auch sehr greedy, was ich hier gemacht habe. Aber wir haben jetzt unsere E-Geskilled. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, immer Q macht, dann hat man den ersten Stack, Auto-Tag und dann W. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir können einfach mal, ja, unterm Turm, ich meine, so ein bisschen kann man immer mal ein Q, Auto-Tag, W und raus. Und jetzt könnte man auf ihn drauf fallen, wenn da nicht gerade der Turm wäre. Und zack, ist er schon wieder halb tot. Wichtig dabei ist natürlich, also erstmal, man kann Presti-Attack öfter spocken, das ist ziemlich geil, kann man sagen. Das ist richtig, richtig geil. Und Electric Good hat halt immer einen riesigen Cooldown. Allerdings scalt Electric Good halt, das scalt mit AP und AD und das hier scalt halt nicht. Das scalt halt also mit einem Level, aber egal wie viel AP du hast, egal wie viel AD du hast, das bleibt immer gleichschlag. Es hat beides Vor- und Nachteile, muss man sagen, aber durch Presti-Attack hat man einfach eine sehr, sehr starke Laning-Phase. Es kommt halt vielleicht auch darauf an, was für ein Matchup man hat, jetzt gerade gegen so einen Nahkämpfer. Normalerweise sollte man auch weiterhin E-Maxen, denke ich. Ich probiere aber mich so ein bisschen mit dem W-Max aus, mit diesem Item-Bild, beziehungsweise Runen-Bild. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Cassadin richtig hart smashen, weil Cassadin scalt natürlich wie so ein Bekloppt da. Naja, verliert hier aber schon einige Minions, wir können das Ganze ein bisschen freezen, ich sollte jetzt aber unbedingt shoppen gehen. Aber ich habe noch so viele Ressourcen, er hat mir noch so gar nichts quasi, äh, ne, so, ähm, 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 kommen Sie bitte her. Einmal bitte die Fahrkarten, bitte. Dankeschön, 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 okay, dann nicht. Also wir können ihn natürlich sauen, aber ich muss shoppen, ich habe tausend, das ist ein Revolver, äh, Hextech-Revolver, den wir uns hier gönnen können. Naja, wir müssen natürlich hier sorgen, dass er keine Minions bekommt. Ja, wir sauen ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut weg. Aber ich muss jetzt trotzdem, wir pushen jetzt trotzdem mal durch, weil ich muss shoppen gehen. Wir haben viel Geld, weil ich, ich throw natürlich dadurch auch meine Power ein bisschen weg, weil ich jetzt rein theoretisch viel stärker sein könnte, als ich gerade bin. So, wir lassen die, ja eigentlich, wenn ich die Wave so stehen lasse, ist es kacke, aber ich glaube, er pusht eh durch. Ich gehe davon aus, dass er durchpushen wird. So, das heißt, wir kaufen uns jetzt einen schönen Revolver. Einen schönen Revolver, einen Dark Seal wäre auch cool, aber dafür haben wir leider kein Geld. Dann machen wir noch Schuhe dabei, zack, 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 zack. Die andere Runde, die ich hier genommen habe, ist noch Tenacity, das ist sehr, sehr cool, Triumph und Coupe de Grasse, wobei hier gibt es auch ein paar, die mit Last Dance spielen und den Rest dann in den Roten bauen. Das heißt, wir haben einen richtig starken Build grundsätzlich. Ich spiele jetzt aktuell auch ein bisschen mehr fürs wieder und Tryhard jetzt auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich bin jetzt, ja, ich war ja, ich habe ja die ganze Season mal so ein bisschen rumgetrollt, ein bisschen dies gemacht, ein bisschen das gemacht. Aber jetzt gerade bin ich wieder ein bisschen mehr on fire und gebe ein bisschen mehr, was geht, so. Zack, man kann auch mit der W richtig, richtig schön Last hitten. Ja, wenn die vielleicht nicht gerade unterm Traum sind, ich weiß. Okay, wir müssen jetzt gucken. Also, wir sind gleich Level 6, wir könnten natürlich, am besten wäre es, wenn wir Kassadin töten, aber wir können auch rum. Oh, Toplane ist 2-0, das ist nicht so schön. Allerdings ist der aus Papier, ist ein Papiershowguard. Könnte, ich weiß jetzt nur nicht, ob es recyceltes Papier ist oder neu ist, fünflagig, sechslagig. Das müssen wir dann rausfinden, aber... Ja, das ist halt das Problem, eigentlich müsste ich ihn töten, aber eigentlich könnte ich auch alle anderen töten, so. Die Frage ist, wen tötte ich? Wen tötte ich? Wie wäre es, wenn wir mal im Toplane ist Full Life, Botlane ist... Ja, wir... Lass mal, wen haben die im Jungle Twitch? Wir könnten natürlich auch auf Rattenjagd gehen, Leute. Ratatouille sagt man da auch. Oh, Botlane, 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 da können wir diven, Leute. Wir werden jetzt zwar gesehen, aber die haben eh gerade ihre Augen woanders, von daher ist das nicht so wild. Und das sieht ja very appreciatable aus. Naja, das heißt, wir machen jetzt einfach mal so. Guten Tag. Einmal bitte die Elo-Karten. Dankeschön. Und jetzt kriegt der mal meinen Fisch ab. Da machen wir noch ein... Okay, ich integre gerade. Ja, ich hab gerade irgendwie... Also, äh, ja, das zählt nicht, Leute. Das zählt nicht. Ich wollte eigentlich die Jänner noch igniten. Irgendwie. Okay, er ist rausgegangen. Ich hoffe, er kommt wieder. Aber er ist 1-3. I can't fucking play. Heißt das, er ist jetzt AFK rausgegangen und kommt nie wieder? Oder heißt das, hey, ich lagge, ich muss re-loggen. I can't play. Das ist jetzt die graue Frage. Okay, er ist wiedergekommen. Sehr gut. Ja, das ist ja unten, Leute. Das ist gar nicht passiert. Das lenken wir einfach komplett aus. Wir müssen jetzt... Das Problem ist natürlich, dass Kasselin sich jetzt hochfarmt die ganze Zeit. Der farmt, der farmt, der farmt. Wie so ein Beklopter hier. Denkt er, wäre cool. Während ich halt auf der Botlane inter. Das ist immer so das Problem, wenn man roam geht. Und einen Scaling Midlane Gegner hat. Das ist natürlich, was er will. Farmen und nicht sterben. Mist, ey. Kacke. Dass ich die Jänner da nicht gekillt habe, das war ein bisschen harsch. Ich habe meine Ehen... Ja, vielleicht hätte ich die später benutzen sollen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht hätte ich mit Fisch engagen sollen. So viele vielleicht. Man weiß es nicht. Im Nachhinein kann man es immer sagen. Aber richtige Helden sagen sowas im Vornerein. Die Vornereinsager. So, ich komme nochmal. Was macht sie hier? Guck mal, die fangen wir doch jetzt. Können wir vielleicht abfangen. Die muss doch jetzt nach oben. Leute, macht das, die jetzt zu mir kommt. Leute, macht. Leute. Ja, okay. So ist auch okay. Ist nicht ganz... Oh, oh. Outback VQ. Braschnikow. So, wir könnten... Wir machen mal einen Punkt in die E. Wir könnten den diven. Ich glaube, wir machen das aber einfach so. Dass wir einmal... Zack, zack machen. So, und jetzt ist er doch hier, oder? Ja, Hallöchen. Und Schniafsnikow. Okay, ist ein bisschen früh, aber... Brah! Schön, 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 schön. Natürlich muss man gucken. Es wäre richtig cool, wenn man Press the Attack proppen würde und dann den Ultimate draufwerfen würde. Damit man mehr Attack oder mehr Damage hat durch die Ultimate. Aber im Prinzip... Ja, Lecture Kid würde den Damage von... Von unserer Ult jetzt auch nicht erhöhen, wenn wir mal ganz kurz, ganz ehrlich sind, ja? Lasst uns ehrlich sein, Leute. Also... Aber es wäre natürlich ein cooler Boni. Ein Boni. Ist eigentlich... Also Bonus hört sich ja... Also ist... Der Plural von Bonus ist ja... Bonussens... Oder Bonüsse. Gehören Boni zur Familie der Nüsse? Oder ist das ein Prank? Bonnüsse. Ja, ähm... Kannst du noch ein paar Cashewkerne und Bonüsse mitbringen? Aber die, äh... Die dunklen und die geknackten, nicht die hellen, unhellen. Q, Auto Attack, weh. Wir müssen natürlich jetzt gucken. Also mittlerweile kann es sein, dass er uns auch die Fresse haut und Toplane ist richtig am hinten. Wird eine harsche Runde, aber ich mag es, wenn sie harsch sind. Oh... Da hätte ich mich auch gesehen, aber wir können den protonischen Protonen-Bett... Oh, ich höre gerade aus der Regie, dass wir ein Major jetzt kaufen. Ist das korrekt, Regie? Regie? Okay, gut. Abgesegnet? Gut, dann machen wir das so. Natürlich vorm... Also, würde ich euch nicht empfehlen. Wir haben nur vier Stacks und wir hätten vielleicht erst Brot-Belt fertig machen sollen, aber... Ja, wir haben die Bonüsse auf unserer Seite. Ich müsste jetzt... Wir müssen mal auf Rattenjagd gehen. Ratatouille, Leute. Und... Oder Cassadine-Scale. Das ist halt auch ein Problem. Er ist ein Level über mir und hat mehr Fahm. Klar, ich bin 4-1, aber... Leben ist harde. So, wir buschen einmal durch. Oh, da ist Ratatouille. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat So, passt auf. Wir stellen jetzt das Gassadin-Ward. Das hat diesen Effekt, dass wenn er jetzt kommt, falls er jetzt kommt, könnte ich ihm sofort... Dann würde ich ihn sehen und so... Ja, jetzt ist es zu spät. Dann könnte ich ihm sofort einen Fisch ins Gesicht jaugen. Aber... Oh, die Frage ist, hat der noch Red Buffs? Sonst könnten wir einfach den Rattenmann nochmal richtig abfacken. Scheiß mal auf Gassadin. Ganz ehrlich, scheiß mal auf Gassadin. So, noch ein Punkt im Weg. Ich würde euch wahrscheinlich trotzdem Emacs empfehlen. Kann ich den haben? So, eigentlich? Ist das so ein Ding, dass ich den haben dürfte? Er smited bestimmt, oder? Oh, Leder. Richtig nett. Aber kommt der... Also, wir könnten jetzt Botlane... Wir scheißen mal auf Gassadin, komm. Also, sollten wir eigentlich nicht. Sollten wir nicht. Die Frage ist, kommt der Rattenmann? Ja, nein, vielleicht. Wo ist der Rattenmann? Der Rattenmann, wo ist er? Wo ist der Rattenmann? Alternativ können wir gleich Botlane ganken. Just hold it. Ich meine, kann er auch mit der Farm. Scheiß auf Farm. Farm ist was für Keks. Wir brauchen Champions. Wir farmen Champions wieder. Geh doch mit, der hold mit. Was ist denn mit dir? Ich ging doch schon Bot. Oh, naja. Wir farmen Champions. Wir farmen jetzt Champions. Wir farmen Champions. Praschnikov. Gib mir. Oh, keine Skipper. Ah, ah, ah. Bro. Holt mit. Free. XP. Free. Oh, Trivago. 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 Vagio. Oh, Mann. Der wird halt immer fetter. Level 9. Saramoy. Oh, not too bad. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Ich komme, ich komme, ich komme. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Den jagen. Den jagen wir. Den jagen wir. Den jage ich. Ich brauche Stacks. Gib mir Stacks. Gib mir, gib mir, gib mir Stacks. Gib mir Stacks. Den jage ich trotzdem. Ich werde ihn jagen. Frage ist, ob er nach links läuft oder nach rechts kommt. Mach was, mach was, mach was, mach was. Ja, 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 ja. Braschnikow. Schön, 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 schön. 6, 6, 6. Hier geht es weiter. Hier geht es weiter. Wie, die, 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 die. Ich weiß nicht, geht es hier wirklich weiter? Ich weiß nicht, ob es hier weiter geht. Geht es hier weiter? Ja, machen wir mal. Q, Audetag, W, Braschnikow, E, Ketten, raus, Lader. Tschüss. Cool. Cool, 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 cool. Ist doch schön. Ich finde es schön. Richtig, richtig schön. So, wir machen mal einen Punkt in die Ere ein. Nehmen den hier mit und gehen mal shoppen. Broto-Welt. Und jetzt müssen wir mal, wir kaufen uns jetzt einen Rattenradar. Ich sehe voll gleich aus in dieser Cam. Ich habe jetzt eine andere Cam für alle, die meinen, also, weil die, die meine Streams gucken, die wissen das. Die, die meine Streams nicht gucken, die wissen das nicht. So, also, ich habe keine neue Cam, sondern eine andere Cam. Weil meine andere Cam hat Auge gemacht. So, ich kann mich aber bunter machen. Bin ich jetzt zu bunt? Ja, weiß ich nicht. Passt. So. So, 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 so. Oh, der Rattenmann, Leute. Ich werde euch jetzt mal den, den Ratten, Rattenscharfen Abgang zeigen. Der Rattenscharfe Abgang. Woo. Ha, ha, later. Nice, Flash, brau. Da, oh, wir haben 18 Stacks, Leute. 18 Stacks. Jetzt sagen wir, Tobi, kannst du mit dir aufhinterding? Aber, Leute. Wenn nicht ich, wer dann auf Twitch sagt, die mir auch immer, ja, Tobi, kannst du mit Twitch-Dings machen? Ich mache YouTube-Dings. So, Platten. Ja, lass mal eine Platte mitnehmen. Ja, ähm, also, er wird auf dauernden Problem werden. Wenn ich da jetzt hingehe, kriege ich Tower-Agro wegen dem Pot. Wir können natürlich nochmal Bot-Line räumen. Wir gehen beim Shoppen. Wir haben Taus, ein Tausier haben wir. Wir können uns Schienen kaufen. Hm, normalerweise würde ich erst Magic-Pants-Schuhe kaufen. Aber, ja. Aufheiz ist übrigens auch wichtig. Kauft niemals Lich-Pan-First, Leute. Wenn ihr Lich-Pan-First kauft oder ihr diesen Kumpel habt, der Lich-Pan-First kauft, sagt ihnen, er ist ein Noob. Und wenn er fragt, warum, dann, weil es so ist. Ne, also, Lich-Pan-First ist richtig bad. Like, gigabat. Und jetzt ist es so, wenn wir richtig fett sind und bleiben, wir sind richtig fett und bleiben, also, dann können wir Lich-Pan gehen. Ansonsten kaufe ich jetzt gerne Stundenglas. Das heißt, Sheen into Stundenglas. Das wäre so ein Dill, den ich machen würde. Das ist ein guter Dill. So, wir können mal EMT reinbuschen. Oh, wir könnten ihm den Fisch an seinen Kopf hängen. Machen wir das? Er ultet halt in den Turm, ist das Problem. Wir warten, bis er die Fernkämpfer angreift. Und jetzt. Und jetzt. Und hier. Und jetzt. Und hier. Das reicht nicht. Wir machen nicht genug Damage. Wahrscheinlich. Aber, es war ein bisschen Damage. Ein bisschen Damage war es. Ob es reicht? I don't know. I don't know. Also, vielleicht können wir ihn jetzt Diven schmeifen. Aber, ich weiß nicht, du. Wir haben auch gleich wieder Ignite. Die Frage ist, ist er? Er ist noch da. Okay, er hat auch noch. Er hat einen Rodney. Und er hat Potts. Ha. Und er hat keine Eier, leider. Hm. Ich meine, mein Team gewinnt ja auch Botlane ziemlich hart jetzt. Ich war ja auch 24 Mal unten. Also, wir werden immer ein bisschen Diven. Aber nicht zu sehr. Wir haben auch gleich wieder eine Aldi, mate. To be honest. To be by the way. Guck mal, ich habe nicht mal Agro bekommen, weil ich ihn einfach nicht getroffen habe. Ja, was jetzt? Was jetzt, Burdi? Hä? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ja, mach deinen scheiß Emote. Ich bin hier der Gatekeeper. Ja, mach doch deinen scheiß. Interessiert mich nicht. Nimm mir deine Farm. Nimm alles hier. Ja, okay. Jetzt hast du Glück. Jetzt hast du Glück. So. Da unten ist allerdings, wenn Janna in der Mitte ist, dann ist Janna alone in the dark. Außerdem. Oh, 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 oh. So. Press, die Attack ist drauf. Und jetzt könnten wir. Ja, sie töten. Ich wollte eigentlich den Fisch drauf machen, aber das hat sich erledigt. So, wir können jetzt erstmal Magic Punch Shure kaufen. Das wäre auch ziemlich cool. Wir müssen aber ein bisschen auf den Rattenmann. Oh ja, da hat jemand gewohnt. Ist das Gassadin? Oh, der Rattenmann. Guck dir mal den Rattenmann an. Ja, 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 ja. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Okay, cool, danke. Ich wäre da für ein Broto-Belt. Ja, later. Und den würde ich auch mitnehmen. Later, later, later. Ja, schön. Schön, 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 schön. Oh, das. Ähm, jetzt machen wir aber auch Bart. Ähm. You are my true love. Herz. Better love story than twilight. So, das heißt, weil wir ja ziemlich on fire sind. Eigentlich. Hm, lasst uns eher. Also, eigentlich. Okay, eigentlich, Leute. Also, eigentlich, eigentlich. Weil ich Majors habe, würde ich jetzt Stundenlast gehen. Aber ich vertraue in meine Skills. Und deswegen gehen wir jetzt Lich Spain. Lich Spain kommt aus Spanien. Ursprünglich hat es dort seine Wurzeln. Gut, was können wir machen? Wir könnten gucken, ob wir mal Gassadin töten. Ich habe gleich wieder Aldi Maid. Er hat mir aber nichts geschrieben, der Bart. Er hat mich gekorbt. Ist ein bisschen traurig. So, lass mal Toplaner töten. Oder Gassadin. Eigentlich Gassadin, aber lass mal den Toplaner. Das ist aus Papier. Ja, so halbes Papier. So festes Papier. Zuckerpapier. Oder sowas. Hier. Go. 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 So, wir machen mal Press Your Tech drauf. Nee, wir machen einfach nur Aldi. Q. Auto Tech. B. Und later. Mann. Er nimmt alle meine Kills. Okay, dann gehen wir mal mit. Boah, die hat so wenig Kulung. Guckt euch das an. Vierzige. Vierzige einfach nur. Oh, ja. 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 Da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Oh, later. Hä, wo die? Ja, okay. Da sind wir wieder dabei. Okay, wir haben gleich eine Ultimate. Oh. Stoppen Sie das bitte. Können Sie das bitte stoppen? Au, 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 au. Ich bin immer noch da. Mann, wird mich nicht so schnell los. Hyundai. Hyundai. Bitte nicht, 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 nicht, bitte. Ja, scheiß. Okay. Rappenradar wird gekauft. Kriegserklärung ist draußen. Wie sagt man sowas? The war. Man sagt ja auch, the stage is yours, ne? The stage is yours. The war is yours. Das muss ja auch klappen. 1 zu 1. Englisch, Note 1. So. Erklärung ist, äh, raus. Gut. Warte, wir machen noch einen Punkt in die E rein. Bapp, 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 bapp. Also, ich denke, press the attack. Also, man muss es schwierig sagen. Ich denke, gegen Nahkampf-Matchups ist es in der Mitte besser. Ich denke, gegen Tanks ist, wenn die Gegner viele Tanks haben, ist es besser. Ich denke, für die Laning-Phase ist es besser. Außer vielleicht gegen so richtige Long-Range-Matchups. Wie Xerat, Vel'Koz und sowas. Im Late-Game, wenn man halt so ein ADK-Bursten möchte, ist es vielleicht Elecukut besser. Aber nicht mal ganz sicher, to be honest. Oh, ja, 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 ja. Ja, komm, und? Later. Later. Praschnikov. Schön. So, ich hatte immer noch Brotobelt und E. Habe ich mir alles aufbewahrt, falls ihr noch irgendwie was macht? Ne, 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 ne. Okay. Oh, 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 er macht schon ein bisschen Schaden. Aber der wird schon noch sehen. He will see. Wir schleichen uns jetzt an. Wir sind Agent. Agent Nummer 114. Ist hier der Buff da? Oh, der ist da. Ich weiß nicht, ob ich genug KP habe, aber ich würde den Kampf beginnen. Wo ist er, Mr. Redman? Der ist locker hier oben. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Kommen Sie bitte her. Sie sind verhaftet. Sie sind verhaftet. Ne, Sie haben frei... Ne. Vier Stacks habe ich, neun. Okay. Was ist passiert? Ja, also... 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 Er macht viel Schaden und ich habe, wenn ich meine Eber mache, habe ich keine E mehr. Das ist die Regel, Leute. Hast du keine E? Hast du keine E? Die haben halt ein ziemlich gutes Late Game mit Cassini und Twitch. Vielleicht sollten wir nicht zu sehr hinten. Also ich... Okay, ich hole mir die Stacks jetzt zurück. Wir haben jetzt ein Stundenglas. Das Problem ist, dass ich nie Ultimate für den Kackfisser, für den Typ hat man. Wir machen jetzt nichts außer den Typen jagen. Der jetzt eher stirbt, aber... Don't die. Okay, wir holen uns jetzt Twitch. Wir machen nichts anderes. Nichts anderes wird jetzt gemacht. Niemals... Also zumindest es wird niemand anderes Gold. Jetzt sagen wir es so. Okay. Okay. Die Frage ist, ist er shoppen? Wahrscheinlich ist er shoppen. Ich werde ihn jetzt jagen. Hat er den Red Buff gemacht? Den hat er gemacht. Er hatte Red Buff. Deswegen hat er auch so viel Schaden gemacht mit seinem Gift. So, wir tun erstmal so, als würden wir weglaufen, weil er da gerade das Pflanzen benutzt hat. Und jetzt gehen wir wieder hin. Die Frage ist, ob er shoppen geht. Und die Frage ist, ob er den Blue Buff haben will. Ich glaube, er ist schon shoppen. The Stage is mine. Schach matt. Und so zerfällt das Kartenhaus. Oh, guten Tag. Haben Sie Karten für mich? Ich werde gerne einmal... Tschüss. Boah, die macht nicht diesen. Aber damit ist es noch nicht genug. Das machen wir jetzt genau noch einmal. 17 Stacks. Oh, moe. Sind du da. Oh, moe. Sind du da. Das machen wir genau nochmal jetzt. Und wir töten vielleicht noch die anderen hier. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Meine... Ah. Okay, wo wird... Was wird Twitch machen? Die Midland Buschen wahrscheinlich. Okay, wir werden jetzt warten, bis er kommt und dann werfen wir ihn in den Fisch ab. Der wird ja jetzt kommen, oder? Ich meine, deren Base wird gekillt. Oder geht der Farm? Ne, er muss... Okay, ich warte, bis mein Team sich zurückzieht und dann töte ich ihn. Ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Da ist er. Gut. Ziel wurde gesichtet. Ich glaube, er ist gerade... No! Na gut, das war die Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, morgen geht es dann natürlich weiter. Auf meinem zweiten Kanal gibt es jetzt auch wieder Saddest Factory. Ich wünsche euch einen Omoyed Shindorai-mäßig richtig tollen Tag. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Viel Spaß und tschüss.